Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder eingeschaltet habt, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute zeige ich euch meine März-Favoriten. Die Düfte und Pflegeprodukte, die ich in diesem Monat rauf und runter getragen habe, von denen ich nicht genug bekommen konnte, die zeige ich euch heute. Also wenn es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran und wenn ihr noch nicht Teil unserer wunderschönen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt ihr es euch, abonniert meinen Kanal. Ich würde es wahnsinnig freuen, euch hier zu begrüßen. Und ich möchte heute auch gar nicht lang drum herum reden. Wir starten direkt mit den Düften. Ich habe Designer und Nische, alles im Prinzip dabei. Ich starte mit dem ersten, der wirklich jetzt im Monat März mein, ja, sehr häufiger Begleiter war. Ich finde den einfach nur wahnsinnig toll für einen Designer-Duft und zwar ist das Chloé Nomad naturell. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Nomad-Reihe bisher nicht mochtet und es geht euch so wie mir, denn ich mochte sie nicht, probiert den naturell mal aus. Das ist ein ganz eigenständiger, anderer Duft und der hat mich umgehauen. Ich finde, der riecht wie ein Nischenduft. Ich finde nicht, dass er riecht wie ein Designer. Der ist spannend, der ist zu keinem Zeitpunkt langweilig. Das ist ein blumig-süßer Duft. Und wir haben hier Bergamotte, Jasmin, Dattel, Vanille und Sandelholz. Ich finde, der ist würzig, einen Hauch. Ich finde, der ist auf jeden Fall süß. Die Dattel gibt ihm mit der Vanille schon sehr viel Süße. Das Sandelholz fängt das aber alles wieder so ein bisschen auf. Der gibt mir so einen Hauch von Wellness, Gemütlichkeit irgendwie. Man fühlt sich wie im Spa. Irgendwie wie im Spa. Der gibt mir so ein Spa-Gefühl, aber auf eine sehr sexy und spezielle Art und Weise. Der ist nicht langweilig. Der ist wirklich spannend. Kein 0815-Duft. Ich glaube auch nicht, dass es jedermanns Ding sein wird. Ich empfehle euch den nicht blind, vor allem, wenn ihr die Nomad-Reihe mögt. Probiert ihn aber, weil er ist wirklich erwähnenswert und er ist mein absoluter Top-Favorit. Haltbarkeit. Über 10 Stunden. Sillage, der strahlt. Also ganz ehrlich, der wird bemerkt. Auf den werdet ihr definitiv Komplimente bekommen, denn man riecht euch. Weil ich sehr oft in den Kommentaren lese, ich kriege überhaupt keine Komplimente auf meine Düfte. Woran liegt es? Der hier fällt wirklich auf. Das ist nichts für Leute, die zurückhaltende Düfte mögen. Der ist süß, der ist präsent, der ist spannend und ich finde, er hat Nischenqualität. Das könnte ein Nischenduft sein, wenn da Chloé nicht draufstehen würde. Das ist so mein Fazit. Ich empfehle ihn euch zu 100%. Es war mein absoluter Top-Favorit im Monat März und wird auch weiterhin so bleiben. Im höchsten Sommer könnte ich ihn mir nicht vorstellen. Ich finde, das ist eher so ein Frühling-Herbst-Winterduft, denn im Sommer, denke ich, ist ein bisschen zu viel. Für mich wäre er jetzt zu viel, aber ein mega, mega toller, interessanter, spannender Designer. Und das hätte ich nie von Chloé erwartet. Das ist so nicht Chloé, finde ich, dieser Naturell. Der hat den Stempel von dem Haus überhaupt nicht, was aber für mich eher positiv ist. Weil ich finde, die haben sich mal was getraut, die haben mal was komplett anderes gemacht und dafür wirklich Chapeau. Ich finde es richtig, richtig gut. Chloé Nomad Naturell. Der nächste Liebling im Monat März war aus dem Hause Dolce & Gabbana und das ist Dolce Garden. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe den in dem Monat schon gut benutzt, gerne benutzt, wirklich. Es ist ein süßblumiger für mich Kokosnusscreme, Raffaello-Creme, sowas in diese Richtung Duft. Er ist jetzt nichts, was ich noch nie gerochen habe oder was mich total überrascht hat, das nicht. Aber irgendwie catcht er mich immer wieder und ich greife gern zu ihm und ich rieche mich selber gern damit. Es ist ein süßblumiger Duft mit Mandarine, Magnolie, Neroli, Frangipani und der Frangipani ist hier wirklich, gibt ihm diese Tropik. Wirklich, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid auf einer tropischen Insel, wie in dieser Raffaello-Werbung, weißer Sandstrand, hellblaues Wasser. Ihr sitzt am Strand mit einem riesen weißen Hut in einem weißen, weiß ich nicht, Bikini oder sonst was und trinkt einen Kokosnuss-Cocktail, ja. Und dann steht noch eine große Schale mit Raffaello auf Eis, ja. Sowas in diese Richtung, diesen Vibe gibt er mir komplett. Vanille ist drin, Mandelmilch ist drin und Sandelholz. Der hat eine sehr gute Haltbarkeit, also wirklich sieben, acht Stunden auf jeden Fall, ohne Probleme. Der strahlt auch, der ist kein zurückhaltender Duft. Er ist sehr süß. Für mich grenzt er an gourmandig, weil durch diese Raffaello-Creme, die ich irgendwie rausrieche, macht es für mich fast schon essbar. So süß ist er. Leichte sirupartige Textur, nicht ganz wie Sirup, aber schon sehr süß, sehr heavy. Das muss man mögen, aber wenn ihr Raffaello-Kokosnuss-Creme in diese Richtung, Bodylotion, tropischen Vibe, wenn ihr sowas sucht, kann ich euch Dolce Garden wirklich nur empfehlen. Ich habe den wahnsinnig gern getragen, jetzt gerade wo wir so schönes Wetter haben. Heute haben wir hier Schnee. Also der Winter ist bei uns wieder komplett eingebrochen. Alles ist weiß. Wir haben eine richtige Schneedecke hier bei uns. Und ich weiß nicht, ich werde ihn jetzt wieder rauskramen, um mir den Sommer wieder ein bisschen zurückzuholen. Wahnsinnig toller Duft. Also ich kann euch den nur empfehlen. Ich finde Preis-Leistung hier richtig top. Zehn von zehn. Den nächsten, den ich mal wieder rausgekramt habe, der ja schon länger in meiner Sammlung ist, aber den ich im März irgendwie, jetzt wo richtig Sonne war und es richtig fast schon 20 Grad war, habe ich den so gerne benutzt. Und zwar ist es von Mikalev das Royal Muska. Das ist so ein eleganter, toller Moschusduft. Also ich glaube, ich kann sagen, es ist einer der besten Moschusdüfte, die ich besitze. Warum ist der so toll? Es ist ein blumig-pudriger Duft, wobei ich finde, er ist mehr floral als pudrig. Die Pudrigkeit ist sehr dezent. Das ist wirklich zurückhaltend. Gerade richtig, um ihn wirklich auch bei höchsten Temperaturen noch super tragen zu können. Der gibt einem so eine Leichtigkeit. Das ist irgendwie so ein kristallklarer, weißer, gepflegt Duft. Ja, wirklich frisch aus der Dusche und so Moschus gepflegt. Überhaupt nicht animalisch. Wer jetzt Probleme hat mit animalischen Moschusdüften, empfehle ich den Royal Muscat. Das ist ein Moschus, der ist null animalisch. Der ist weiblich. Der ist so ein Immergeher. Das ist so ein wirklich gefälliger und ich glaube, jeder wird den mögen. Männer fahren übrigens total auf den ab. Mein Mann vergöttert diesen Duft. Hätte ich nicht gedacht, weil er auch so unauffällig eigentlich ist. Aber er hat das gewisse Etwas. Wir haben hier Himbeere, Pfirsich, damit war ich sowieso schon gekauft. Rose, holzige Noten, Moschus, Ylang-Ylang, Benzoe und Moschus. Der ist wirklich Moschus, Moschus pur. Aber er hat diese minimale Fruchtigkeit, wobei die Himbeere und der Pfirsich sehr zurückhaltend sind. Aber so ein bisschen kitzelt das die Fruchtigkeit doch raus, was ihn wiederum spannend macht. Die holzigen Noten erden ihn so ein bisschen. Alles in allem, der ist wirklich elegant. Der ist classy, der ist weiblich. Obwohl ich finde, der würde auch Unisex gehen. Definitiv. Wenn Männer so ein bisschen süßliche Moschus düfte, der ist wirklich nur ein Hauch süß. Minimal, minimal floral und eben ein bisschen pudrig. Aber wer sowas mag, ich kann euch den nur ans Herz legen. Der ist wahnsinnig gut. Und Haltbarkeit hier so etwa um die 8 Stunden auf meiner Haut. Aber das ist kein Biest. Er strahlt nicht wahnsinnig aus. Das ist ein etwas intimerer Duft. Aber ihr werdet euch selber genießen. Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Erlebnis. Gerade wenn die Temperaturen hoch gehen. Den empfehle ich auch absolut für den Sommer. Das wird mein Begleiter im Sommer auch sein. Definitiv Royal Musca von Mikalev. Mega, mega Duft. Der nächste kommt aus dem Hause Joe Malone. Und es ist Wood Sage and Sea Salt. Wood Sage and Sea Salt habe ich eigentlich für meinen Mür und Tonka besorgt. Zum Lernen, weil ich die zwei zusammen einfach nur atemberaubend gut finde. Aber, surprise, surprise, im Monat März habe ich immer öfter zu ihm alleine gegriffen. Und irgendwie jeden Tag, wo ich den getragen habe, habe ich mir so gedacht, wow, eigentlich ist der alleine auch eine Granate. Und ich möchte meine Review von letztem Mal ein bisschen korrigieren. Denn ich habe ihn jetzt mehrmals getragen. Und ich kann nur sagen, die Haltbarkeit, die ich so bemängelt habe, ist gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ich sage es euch ehrlich. Ja, es ist ein leichter Duft. Definitiv. Es ist ja ein frischholziger Duft. Ich habe euch das schon gesagt. Das geht so ein bisschen in die Richtung Eccentric Molecule, Molecule O1. So was in diese Richtung. Aber ich finde, der Joe Malone hat noch diesen, dieses Extra, was mich, ich weiß nicht, ob das der Salbei hier drin ist. Hier ist ja Salbei drin. Obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich mag die Duftnote nicht. Aber anscheinend mag ich sie doch. Wir haben Ambretsamen, die mag ich sowieso, das weiß ich. Meersalz. Meersalz ist nicht immer mein Ding. Ich mag aquatische Noten nicht so gerne. Mineralische Noten ist drin, drin und Salbei. Aber diese Kombi, so wie sie ist, kann ich euch nur sagen, hat mich im März richtig gecatcht. Ich habe den, glaube ich, fünf Tage am Stück getragen. Das ist für meine Verhältnisse mit meinen ganzen Düften hier wirklich viel, Leute. Also das ist wirklich oft und viel. Das schaffen nur Düfte, die wirklich in meinem Herzen landen, wo ich echt sage, wow. Und der hat mich durch den Tag begleitet. Ja, ich habe den wahnsinnig übersprüht. Ich habe den zwölfmal oder so gesprüht. Definitiv. Aber dann war der da und der war frisch da. Und dieses Holzige, der erfrischt einen. Der macht irgendwie so einen Energiekick. Ja, ich war so richtig energiegeladen. Ich hatte Lust, was zu machen. Also, ich kann nur sagen, mega toller Duft. Haltbarkeit würde ich sagen, so an die sechs Stunden. Sechs Stunden ist er da. Danach war er sehr hautnah. Aber ich konnte mich immer noch riechen. Also so am Handgelenk, wenn ich mal gerochen habe zwischendurch, weil ich mache mir meistens noch die Handgelenke. Ich habe ihn wahrnehmen können und ich bin Riesenfan von dem Duft. Und ich glaube, wenn es richtig warm wird, wird das einer meiner Top Favoriten. Joe Malone Wood Sage & Sea Salt. Ich zeige euch nichts Neues. Ihr kennt den Duft und ich weiß, er hat schon viele Fans. Aber ich bin neu dabei im Club Wood Sage & Sea Salt. Mega, mega Duft. Der wird auch im Sommer bei mir bestimmt in einigen Hauls noch vorkommen. Der nächste, den kennt ihr auch aus meiner Sammlung. Und zwar ist es die Oriana von Parfum de Mali. Immer wieder toller, mega süß, fruchtiger Himbeer Marshmallow Traum. Das ist wirklich cremig, sahnig mit Mandarine und Bergamotte. Der öffnet minimal zitrisch, aber süß zitrisch mit Grapefruit. Dann kommt die Orangenblüte mit schwarzer Johannisbeere und Himbeere, Marshmallow, Sahne am Brett und Moschus. Der Parfum de Mali Stempel ist hier vorhanden. Ihr werdet ihn wieder erkennen, wenn ihr die Düfte schon kennt. Aber der hier ist wirklich mein absoluter Favorit. Er hat einen Hauch Love Don't Be Shy by Kilian in sich. Trotzdem ist das hier noch ein ganz anderer Duft. Er ist sahnig, er ist cremig, er ist laktonisch. Er ist sehr gourmandig, er riecht wirklich essbar, aber auf die edelste Weise, die mir einfällt. Sehr weiblich, auch jugendlich, verspielt, aber für jede Altersklasse. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn einfach, der begleitet mich den ganzen Tag. Auf meiner Haut hält er zehn Stunden aufwärts. Also der ist wirklich von der Haltbarkeit für mich nicht zu schlagen. Ich habe Leute gehört, die sagen, er würde an ihn überhaupt nicht halten. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich würde sogar sagen, er hält an mir einen Hauch schlechter als die Delina, aber wirklich nur einen Hauch. Mega, mega toller Duft und ja, absoluter Favorit im Monat März, die Oriana von Parfum de Mali. Der nächste kommt aus dem Hause Kilian und ist ein etwas neuerer Duft in meiner Sammlung. Und zwar ist es der Apple Brandy on the Rocks von Kilian. Das ist ein absoluter Unisex-Duft. Ich finde, der lehnt weder noch. Der ist genau in der Mitte. Es ist ein fruchtig-würziger Duft mit Bergamotte, Ananas, Kardamom, Rum, Moos, Vanille, Zedernholz und Ambroxan. Das Ambroxan nehme ich hier wirklich sehr stark wahr. Also wer Ambroxan-haltige Düfte nicht mag, der sollte die Finger von dem lassen. Wird nicht euers sein. Diese Bergamotte und Ananas, dieses Gemisch ist schon sehr zitrisch, aber süßzitrisch. Also er ist nicht säuerlich. Aber er lässt euch so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Besonders das Opening. Trotzdem erinnert es mich an einen grünen Apfel. So rieche ich das raus. Dann ist die Rum-Note sehr schön präsent. Und das Moos kommt hinterher mit der Vanille. Ich finde den mega. Die Haltbarkeit von ihm ist nicht die allerbeste. Ich würde sagen 6, maximal 7 Stunden. Aber wenn es richtig warm wird, denke ich, reicht mir das absolut aus. Ich habe kein Problem mit der Haltbarkeit. Für mich reicht es definitiv. Aber der ist so speziell. Der ist so besonders. Das ist wirklich so ein beschwipster grüner Apfel für mich. Und ich bin Riesenfan. Ich liebe diesen Duft und habe den im März wirklich jetzt sehr oft benutzt. Als es richtig warm war, hat der gespielt wie verrückt. Wirklich. Der hatte eine bombastische Sillage. Der war da. Ich habe den gerochen, weil im Winter ist er ein bisschen verloren gegangen. Wenn es sehr kalt war, war der nicht da. Die Sillage war sehr hautnah. Aber im Sommer, sage ich euch, spielt der toll. Und ich bin ein riesen, riesen Fan und mag den wahnsinnig gerne. Apple Brandy on the Rocks von Kilian. Den nächsten habe ich euch auch schon des Öfteren gezeigt. Und ich finde, es ist der beste Duft aus der kompletten Daisy Reihe. Und zwar ist es das Daisy Oh So Intense. Alle Erdbeerliebhaber, die Erdbeere mögen und Honig mögen, schaut euch den an und auch wenn ihr die Daisies bisher alle nicht so ganz mochtet, probiert den trotzdem aus. Der hier ist richtig gut. Es ist ein fruchtig, süßer Honig, Erdbeere, Rose und Moos. Und dieses Moos gibt ihm am Ende im Drydown so eine leichte grüne Note. Der ist wirklich, der riecht richtig nach Erdbeere. Minimal synthetisch, aber nicht zu viel. Ich finde das richtig gut. Der ist sehr süß. Er hat eine leicht sirupartige Textur. Das muss man mögen. Also ihr müsst wirklich Erdbeere mit Honig vertragen können. Das ist eine Erdbeere, die gedippt ist in Honig. Und auch diese Textur vom Honig erkennt man hier definitiv wieder. Ich finde den mega. Haltbarkeit, sieben Stunden ist er auf jeden Fall da. Der hat eine sehr gute Siage. Und er ist mein liebster Daisy. Ich habe einige aus der Reihe, aber Oh So Intense ist von der Haltbarkeit, von der Siage und vom Duft finde ich meine absolute Nummer eins. Und ich habe den im März wirklich, wirklich oft getragen. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, weil er golden ist. Aber wenn ihr seht, also ich habe praktisch so viel von der Flasche bereits benutzt. Das ist für meine Verhältnisse wirklich, wirklich viel. Ich liebe, liebe diesen Duft. Der nächste kommt aus dem Hause Tiziana Terenzi. Und ja, der Duft ist mein absoluter Favorit. Es ist Andromeda aus der Luna Collection. Andromeda ist ein Duft, der einfach immer geht. Wenn ihr etwas blumig, fruchtiges, cremiges für jeden Tag wollt, etwas, wo ihr gepflegt seid, einfach nur riecht, als hättet ihr gerade aus der Dusche gekommen, mit frisch gewaschenen Haaren, eingecremter Haut, mit einer schön duftenden Bodylotion, empfehle ich euch Andromeda. Ganz sicher, meine Nummer eins, wenn es um diese Art von Düften geht. Wir haben drin Bergamotte, Ylang-Ylang, Gras. Und das Gras hat hier eine sehr schöne Rolle. Das kann ich euch nur sagen. Jasmin, Lilie, Pfeilchen, Rose, Heliotrop, Birne, Pfirsich, Kokos, Amber, Vanille, Tonkabohne, Kaschmiran, holzige Noten und Puderzucker. Ich finde, das hört sich schon berauschend an und genauso ist er auch. Der ist cremig, der ist fruchtig, der ist blumig, der ist so ein bisschen grün. Dieses Gras gibt ihm so eine grüne Frische. Wisst ihr, wenn ihr wirklich rauskommt und es riecht nach frisch gemähtem Gras, so ein Hauch von dieser Note ist hier mit drin versteckt. Und das macht das Ganze wahnsinnig toll. Der Puderzucker, der hier mit drin ist, kippt ihm diese leichte Süße, aber wirklich nur einen Hauch, nie zu viel. Der geht immer, der hält über 10 Stunden. Für so einen leichten, Bodylotion-artigen, fruchtigen Duft ist er nicht zu schlagen in der Haltbarkeit. Das kann ich euch nur sagen. Die Flasche ist nicht durchsichtig, aber wenn ihr es sehen könntet, ich kann es leider nicht sehen, da ist nicht mehr viel drin. Ich habe wirklich geschafft, den fast komplett aufzubrauchen und kann euch sagen, ich glaube, das ist einer der Düfte, die ich am meisten benutze. Aber allgemein, in meinem Alltag, in meinem Berufsleben, egal wohin, egal was, Andromeda, da brauche ich nie nachdenken. Ich weiß, der hält den ganzen Tag. Ich weiß, der gibt Komplimente. Ich weiß, ich rieche immer gepflegt. Mega, einfach nur mega Duft, mehr kann ich dazu nicht sagen. Andromeda von Tiziana Terenzi. Jeden Cent übrigens wert, muss ich sagen. Der nächste Duft ist neu in meiner Sammlung und eigentlich fällt er komplett raus aus meinem üblichen so Verdächtigen, die ich mag. Aber ich weiß auch nicht was, ich mochte ihn wahnsinnig. Und zwar ist es der Tiffany & Company und das ist die Entence Version. Also das ist nicht der Original Eau de Parfum, sondern das ist die Entence Version. Was kann ich euch sagen? Dieser Duft hat mich überrascht. Das ist ein pudrig-blumiger Duft mit Mandarinenblatt, rosa Pfeffer, Iris, Amber und Bensui. Dieser Duft riecht für mich, und das ist der Grund, warum ich den kaufen musste und warum ich den so gerne getragen habe jetzt. Der riecht für mich nach Säugling, nach kleinem Baby, wirklich. Der riecht für mich nach Babypuder, nach diesen Feuchttüchern. So wie Säuglinge riechen, wie die Babys riechen am Anfang, ein bisschen milchig. Der ist irgendwie ein bisschen fast cremig. Ja, so wirklich cremig im Sinne von einer Babypuder-Penatencreme. Also alles, was ich mit Säugling und Babys verbinde, verbinde ich mit diesem Duft. Die Magie von diesem Duft entsteht im Drydown. Solltet ihr den probieren, ich empfehle euch, sprüht euch den auf die Haut und lasst ihn trocknen. Weil wirklich, der Zauber beginnt im Drydown. Für mich jetzt persönlich. Er öffnet schön mit diesem Mandarinenblatt und rosa Pfeffer. Es ist der Duft des Tages. Ich habe den heute früh morgens aufgetragen. Ich sprühe ihn mir jetzt einfach nochmal. Wirklich, der öffnet so minimal, noch nicht mal zitrisch, würde ich sagen, aber einen Hauch. Ihr riecht so dieses leicht Mandarinenartige. Aber der rosa Pfeffer gibt ihm so ein bisschen diese Pfeffrigkeit, was ihn wieder spannend macht. Und dann kommt diese Iris. Und die Iris ist cremig, zart, umhüllend, ummantelnd. Mir gibt sie so dieses Gefühl von, ich halte ein kleines Baby im Arm. Und das bringt in mir solche Gefühle hoch, so positive Gefühle. Dieser Duft hat mich umgehauen. So Bekannte von mir meinen, er hat einen leichten Chanel-Stempel. Ich weiß, was sie meinen. Für mich ist es jetzt nicht ganz so. Also, manche finden ihn auch ein bisschen altbacken. Ich habe Probleme mit altbackenen Düften. Ich rieche das jetzt hier gar nicht raus. Deswegen sage ich euch, kauft den nicht blind. Und vielleicht gehört er zu denjenigen, die den auch staubig oder so finden. Finde ich gar nicht. Ich finde, er hat genau den richtigen Anteil von Pudrigkeit. Er ist nicht zu pudrig. Er ist überhaupt nicht staubig. Nach meinem Geschmack jetzt. Und er hat diese cremige Textur. Wenn ihr cremige Iris mögt und liebt, schaut euch die Entence-Version an. Der normale Tiffany & Company war jetzt nicht so ganz meins. Er war okay, aber er war jetzt nichts, wo ich sage, den müsste ich kaufen. Anders mit dem hier. Als der ein bisschen angetrocknet ist bei mir, als ich den gerochen habe und den Drydown hatte, habe ich gesagt, nein, der muss einziehen. Der muss einziehen. Die Haltbarkeit von ihm ist so etwa um die sieben Stunden. Er ist, finde ich, ein sehr intimer und ein bisschen sexy. Ja, er ist sexy intim, finde ich. Obwohl er so ein Iris pudrig, hat er die gewisse Sexiness. Ich weiß nicht, ist es der rosa Pfeffer, der mir diesen Eindruck gibt oder was es ist, aber er ist sehr intim. Irgendwie so, den kann ich mir überall hin vorstellen. Der ist elegant, der ist weiblich, der ist für mich sexy. Das ist für mich auch ein Immergeher. Den kann ich mir immer vorstellen, überall hin. Aber man muss die Iris mögen. Wenn ihr Iris nicht mögt, ist das nicht euer Durst. Der ist wirklich, hier ist die Iris der Hauptdarsteller und das muss man wirklich mögen. Leute, ich bin ein Riesenfan von dem Duft und ich sage euch, eigentlich passt der nicht so in mein Beuteschema. Eigentlich ist Iris auch nicht einer meiner liebsten Duftnoten. Aber diese Iris hier und diese Verbindung zu diesem Babygeruch, ja, also wirklich so diesen Babyfeuchttücher, Babypuder, Babycreme, so alles, was das angeht, das verbinde ich mit Tiffany & Co. Intense. Also, ich persönlich, mein absoluter Favorit im Monat März. Und jetzt habe ich die zwei absoluten Top-Favoriten für euch. Ohne die, die haben es geschafft von 0 auf Top 10 for life. Alle beide. Ich will sie auch jetzt nicht irgendwie den einen mehr oder den anderen weniger loben, weil sie stehen absolut auf gleicher Ebene. Einmal ist es das Tom Ford Bitter Peach. Ich habe von dem Duft euch schon vorgeschwärmt. Wir hatten einen schweren Start, aber umso mehr liebe ich ihn jetzt. Es ist, wenn ich daran rieche, oh mein Gott, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte euch diesen Duft einfach so durch die Kamera weiterleiten, wie gut er ist. Wenn ihr Pfirsich-Creme-Dessert, wenn ihr das mögt, mit so einer leichten alkoholischen Würzigkeit, testet den, testet den. Von den Tom Ford's, von meinen Tom Ford's, ist er der mit der besten Haltbarkeit. Der hält wirklich und ist damit für mich jeden Cent wert. Wir haben Pfirsich, wir haben Blutorange, wir haben Kardamom, wir haben Heliotrop, Rum, Kognak, Jasmin, Sandelholz, Benzoe, Kaschmiran, Vanille, Tonkabohne und Patchouli. Auch Patchouli ist hier zu riechen. Wenn ihr Patchouli nicht mögt, werdet ihr wahrscheinlich Bitter Peach auch nicht mögen. Für mich ist das eine sexy Pfirsich-Creme, ein bisschen mit dieser alkoholischen Note, eine bisschen arrogante Würzigkeit. Gott, der geht immer für mich. Der hat eine gewisse Tropik auch. Für mich ist es einfach alles. Einer der schönsten Viersicht-Düfte für mich persönlich dieses Planeten. Ich kann, also ich glaube, ich glaube, ich kann sogar sagen, er ist einer meiner Liebsten aus dem Hause Tom Ford. Einfach nur, wie gesagt, von Null auf Top Ten for Life. Ich genieße den so sehr. Wenn er nicht ganz so teuer wäre, würde ich ihn wahrscheinlich noch mehr benutzen. Aber ich schaue ein bisschen, dass ich es nicht übertreibe. Aber Leute, Haltbarkeit über 10 Stunden. Der hat eine wahnsinnig tolle Siage. Der wird gerochen. Ihr werdet euch selber riechen. Einfach nur 10 von 10 für mich. Einer der Besten von Tom Ford. Meiner Meinung nach ist Unisex-tauglich, wenn es ein Mann ist, der wirklich fruchtige, Pfirsich, süße Düfte mag. Das ist Voraussetzung. Aber würde auch für Unisex auf jeden Fall was taugen. Zu dem Bitter Peach möchte ich euch ganz kurz noch zwei Produkte zeigen, die ich im März definitiv so gerne mit ihm getragen habe. Die habe ich euch auch schon gezeigt. Und zwar ist das von Insana. Das ist einmal die Body Lotion mit dem Duschschaum zusammen und einmal der Body Mist. Die zwei, die riechen wahnsinnig gut nach Pfirsich und ähneln dem Bitter Peach, passen wahnsinnig gut. Ich layer diese Geschichte komplett übereinander. Ich dusche mich mit dem Duschschaum. Ich nehme den Body Mist drüber und danach benutze ich mein Bitter Peach. Und ich kann euch nur sagen, ihr werdet den ganzen Tag nach mega Hammer Pfirsich duften, wenn ihr Pfirsich mögt. Aber diese drei Sachen zusammen sind mega. Und ich habe, weil ihr mich immer wieder fragt, wie ich es mache, dass meine Düfte länger halten, habe ich noch eine Body Lotion für euch. Und zwar habe ich die neu entdeckt in der Apotheke. Die wird es aber auch online geben, wo ich sage, wirklich Textur wahnsinnig gut. Und ich habe bemerkt, seit ich die benutze, halten meine Düfte viel besser. Alle. Und ich habe so ein bisschen auch im Gefühl, dass der Wood Sage and Sea Salt von Jo Malone deswegen besser hält, weil ich diese Body Lotion benutze. Und zwar ist es die Eucerin PH5, leichte Textur Lotion. Ja, so sieht die aus. Ist wirklich eine Riesenflasche, 400 Milliliter. Das reicht auch für eine Weile. Aber ich habe die wirklich, die ist hier. Also ich habe wirklich eine Menge benutzt. Ich kann euch nur sagen, mir hilft die sehr. Die Düfte halten besser. Ja, die Flasche ist jetzt kein Hingucker. Blendet das aus. Das, was drin ist, ist der Mega Hammer. Ich kann es euch nur sagen. Riecht wunderschön, sehr neutral. Was ihr auch machen könnt, was ich zum Beispiel oft mache. Kleiner Tipp. Ich nehme mir von der Body Lotion in die Handfläche ein bisschen, so eine Erbsengroßforme Portion, sprühe meinen Lieblingsduft auf die Body Lotion und schmiere mir das dann auf den Körper. Wenn ich weiß, welchen Duft ich heute tragen möchte. Und dann sprühe ich drüber sozusagen meinen Duft. Und das Schöne ist daran, dass ihr nicht die teure Body Lotion kaufen müsst, die eben dann, weiß ich nicht, 70 Euro kostet, sondern ihr kauft die, die, glaube ich, so unter 20 Euro kostet und habt 400 Milliliter davon und bastelt euch eine selber, ja, zu eurem Duft. Das funktioniert wunderbar, kann ich euch nur so als Tipp geben und wollte euch die einmal zeigen. Eucerin PH5 Mega Mega Body Lotion Und das andere Highlight diesen Monat für mich war eine absolute Neuentdeckung schlechthin Kayali Invite Only Amber 23 Ein süßwürziger Traum für mich Für mich ist er einfach nur sexy, Leute. Einfach nur würzig, sexy mit Schwarzkirsche, Honig, Tabakblatt, Zimt, Schokolade, gerösteter Haselnuss, Rose, Zitrusblatt, Ud, Moschus, Benzoe, Amber, Sandelholz, Patchouli und Vanille. Also wenn das eure Duftnoten sind, probiert den aus. Für mich ist das die Entdeckung des Jahres 22. Ich kann es euch nur sagen. Dafür lasse ich sehr viele Nischendüfte gerne stehen. Ich weiß nicht, Kayali ist für mich kein Nischenduft, deswegen ich nehme das als Designer, auch wenn es vielleicht, ich weiß nicht, als was es gesehen wird, ich sehe es als Designer. Der riecht einfach nur atemberaubend gut. Atemberaubend gut. Der hält an mir 10 Stunden mit einer bombastischen Sillage. Auf den wurde ich schon so oft angesprochen, auch von Männern sehr oft, denen der Duft für sich selber gefällt. Also absolut unisex-tauglich, kann ich euch nur sagen. Wenn ihr süßwürzige, fast schon gourmandige Düfte mögt, für beide, für Männer, für Frauen, schaut euch den an. Ich kann euch den nur ans Herz legen. Leute, der ist mega. Der ist einfach nur mega. Also aus dem Hause Kayali, ich mag alle, die ich habe. Ich habe drei Stück. Ich habe den Eden Juicy Apple. Ich habe den Vanilla 28, der mein absoluter Top-Favorit ist auch. Aber das Invite Only hat sie alle geschlagen. Das ist meine Nummer 1 aus dem Hause Kayali. Ich glaube, dass er der meistgetragenste Duft von mir im Monat März war. Ja, ziemlich sicher war er es. Und das ist ein Kandidat. Top 10 for life. Haltbarkeit, Sillage nicht zu schlagen. Preis, Leistung für mich nicht zu schlagen. Duft nicht von diesem Planeten für mich. Aber man muss das mögen. Man muss die Würzigkeit mögen. Dieses dunkle, verruchte, sexy, kirschige, leicht Tabak, leicht Oud-lastige. Ein Teil nur für mich. 10 von 10. Hammer, Hammer, Hammer. Im Monat März. Kayali. Invite Only. Amber 23. Das waren sie. Meine März-Favoriten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und der ein oder andere Duft war vielleicht für euch auch dabei. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welcher Duft war von euch der meistgetragenste im Monat März. Ich würde es wahnsinnig gern lesen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.